Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr zu dem Fortnite-Shop verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Denn dann werdet ihr über jedes Video informiert und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal direkt auf den neuesten Shop vom heutigen Tag. Jetzt sind wir auch schon in einem neuen Shop und für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, man kann jetzt Sachen aus dem Shop verschenken. Das wollte ich schon ganz kurz gezeigt haben und zwar kann ich das mal ganz kurz an dem Emote hier eigentlich vorstellen. Und zwar kann man jetzt hier einfach auf als Geschenk kaufen gehen und dann kann man hier einfach einen Empfänger auswählen. Und wenn man das gemacht hat, geht man auf Fortfahren und dann wählt man hier die Geschenkverpackung aus. Ist echt eine sehr coole Sache, schreibt man einfach hier einen Text rein und da kann man hier das Geschenk versenden. Das wollte ich ganz kurz gezeigt haben und jetzt würde ich sagen, zeige ich mal direkt in den Shop. Und zwar sehen wir hier den neuen Wild Skin, den zeige ich dann gleich. Davor zeige ich mal ganz kurz den Rest und zwar ist hier das Set mit dem Verwüstung Skin wieder da. Das ist hier aus dem Nimmermeer Set und diesen Skin kann ich eigentlich direkt nur empfehlen. Einfach nur wegen den Flügeln, die sehen echt verdammt krass aus. Und zu den Skin gibt es dann hier den Rabenskin nochmal dazu. Der ist also jetzt auch gleichzeitig im Shop. Echt ein mega krasser Skin auch, kann ich ebenfalls nur empfehlen. Und dazu gibt es hier den gefiederten Flieger, das ist hier der passende Gleiter dazu. Sieht auch mega gut aus wegen den Flügeln hier. Und die Hacke eiserner Schnabel, da kann ich direkt mal den Ton zeigen. Und ja echt ein mega krasses Set. An nächster Stelle ist hier der Sanktum Skin. Der war glaube ich nur einmal im Shop, ist eigentlich auch ein mega krasser Skin. Einfach nur wegen diesem schwarzen Umhang. Ich finde diese Umhänge echt verdammt krass. Und ich finde im Allgemeinen sieht das Skin echt mega gut aus. Und auch hier gibt es eine Hacke zu uns, hat den Mundaufgang. Auch eine echt krasse Hacke. Und auch hier kann ich direkt mal den Ton zeigen. Ja ich finde die Hacke sieht einfach nur mega gut aus. Und dann sehen wir noch die Bellper Stufen. Diese sind jetzt hier für 600 V-Bucks. Und bald ist die Season vorbei, deswegen könnt ihr hier auch einfach mal zuschlagen. Und jetzt würde ich sagen, mach ich weiter mit den täglichen Gegenständen. Und hier sehen wir einmal das Kaza-Choco-Mode. Ja ganz lustiges Emote, war auch schon etwas länger als ich mir am Shop. Und auch das gibt es heute wieder hier. An nächster Stelle sehen wir hier den Rettungspaddel. Und das ist hier einfach diese Hacke zu diesem Rettungsskin. Und auch hier kann ich direkt mal den Ton zeigen. Ja die Hacke finde ich jetzt nicht so besonders. Auch der Ton ist nicht so super. Und jetzt würde ich sagen, komm ich direkt zum neuen Skin. Und zwar zum Riot Skin. Und der gehört jetzt hier zum Headbang Set. Ist also so gesehen die Mensch-Version zum Powercourt Skin. Der ist halt ebenfalls im selben Look gehalten. Sieht eigentlich ganz okay aus. Ist aber auch nicht so mein Geschmack. Und dann sehen wir noch das Auffallende Mode. Das habe ich aber gerade schon gezeigt. Deswegen brauche ich da auch nicht viel zu sagen. Ja ganz cooles Emote. Und das ist auf jeden Fall hier der Shop vom heutigen Tag. Wenn euch dieses ganz kurze Video zum Shop gefallen hat. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Videos zu Fortnite sehen wollt. Dann abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.